Servus zum neuen Kanal Update Video für den Herbst 2023. Unser erstes Thema ist Hogwarts Legacy. Das Spiel läuft weiterhin montags, mittwochs, freitags und sonntags immer um 18 Uhr auf diesem Kanal. So wie es aussieht den kompletten Herbst über bis in den Winter hinein. Ich bin gespannt wie weit es geht. Ich habe keine Übersicht. Ich bin irgendwo noch Mitte Level 30. Das dauert noch ein bisschen, bis ich da was genaueres sagen könnte. Das nächste Thema ist Anno 1800. Wir haben die Sommerpause hinter uns gebracht. Das bedeutet Jens und ich nehmen am 10.9. wieder auf. Das ganze dann wöchentlich und die Folgen kommen dann am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 15 Uhr. Punkt Nummer 3 auf der Liste. Drakensang am Fluss der Zeit. Das Spiel haben wir zum aktuellen Zeitpunkt fast durch. Wir werden es am 3.9. also in zwei Tagen fertig haben. Leider Gottes. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Für mich jetzt. Und euch hoffentlich auch. Das Nachfolgeprojekt, was ich hier jetzt noch nicht an teasern werde, kommt allerdings als kleiner Teaser, als Intro am Sonntag direkt im Anschluss an das Video. Nur vorweg, ich bräuchte von euch noch eine kleine Info und zwar Störebrand oder Niceback bzw. Niceback oder Störebrand. Welcher Familie soll ich mich eher widmen? Bitte in die Kommentare. So Leute, viertes Thema. Etwas komplexierter diesmal. Und zwar Minecraft. Wir wurden leider gehackt, weswegen wir unseren kompletten Server neu strukturieren müssen. Oder mussten. Deswegen ist auch dieser Weltenbau, wo wir jetzt gerade drauf sind, nicht so fortgeschritten, wie es eigentlich sein sollte. Nichtsdestotrotz brauchen wir unbedingt Leute, die sich mit Schönbau auskennen. Die Bock haben, einfach einen kleinen, ruhigen Server mitzuspielen. Da ihre eigenen Bauwerke hinzustellen. Vielleicht ein paar andere Sachen noch nebenbei zu machen. Was genau, wie genau es aussieht, sehen wir dann. Des Weiteren bräuchten wir ein paar Redstone-Techniker, die sich mit Redstone auskennen auf dem Server. Beziehungsweise Leute, die sich sogar ein bisschen besser auskennen mit Train-Cards. Werden auch nicht verkehrt. Weil wir bräuchten hier mindestens einen, der uns beim Schilderschreiben und so weiter hilft. Es können aber auch ein paar Techniker sein, die sich dafür interessieren. Für alle, die sich da interessieren, wir sind immer ab 20 Uhr normalerweise in unserem Discord. Das heißt, schaut unten über den Link nach, ob wir da sind. Lasst mir, wenn es nicht anders geht, eine Nachricht da. Wir werden dann schauen, wie es weitergeht. Und wir werden uns auf jeden Fall zusammen telefonieren. So Leute, ich hoffe, der Ausblick war soweit okay. Nochmal die Info. Hogwarts Legacy Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag um 18 Uhr. Anno, wenn es wieder kommt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 15 Uhr. Das Retro-Spiel immer um 15 Uhr am Samstag und Sonntag. Eine volle Stunde. Und wann Minecraft kommt, kann ich leider noch nicht sagen. Das hängt jetzt hier davon ab, wie weit die Schnellbehe fertig werden. Ich wünsche auf jeden Fall euch wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder Richtung Winter. Mit einem Infovideo. Bis dann. Ciao. Bis dann.